Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Ich spotte der Pein und menschliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken berühm sites spät. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken werden frei. Vielen Dank.